Another one Another one Another one Another one Ey Leute, was gehts? Abonniert alle David Mohamed Noah, ihr Wichser Und dafür eines tun wir Ja genau, und mich auch Zinu, was dir gefällt, Toh und Nein, was war es nochmal? Letzte Woche war es heiß, ich bin fleißig, aber reicht es Hab es heilig, jetzt reim ich und weiß ich Girls heimlich, reiken, sagen, wenn du mit meinem Freund Auf meine Lieder bauen sie, die enjoyt Ich weiß genau, du hast dich gewollt Deine Nase wird mal wieder mies, übertäubt siehst Junge Freunde, willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Und zwar geht es darum Weil viele schreiben immer so Denken, ja nur Fake-Klamotten und Scheiße Ich bin so, ja Ich bin ehrlich durch Leute, ich krach Fake-Klamotten Aber wer von uns trägt keiner Also jeder von uns kennt jemanden, der Fake-Klamotten trägt Und ich will euch so angeben, so Ey, ich hab Lust, ich bin Fake-Klamotten Ich ziehe es an, was sie mir gefallen Ich finde manche gefälschte Klamotten Die sehen sogar geiler aus als originale Wenn man überlegt, weiss Und ich hab jetzt auch nicht alles gefälscht Heute hab ich gar nichts gefälscht Hier, das hab ich von Primark, wenn nicht ehrlich Snipes H&M waren die Hose, glaub ich Und meine Schuhe Hab ich von dem Snipes, fertig Heute alles original Hab ich immer gesagt In meinem Video alles gefälscht Ist gefälscht, ist gefälscht, ist gefälscht Ich stehe dazu, versteht ihr euch meine So, weil ich auch an alle Hater Jetzt mach ich mal so Die mich runter machen wollen Hab du erstmal die Eier Mach einen Youtube-Kanal Und dann Lade ich mir jetzt Videos hoch Und du weißt, du kriegst ab und zu Bedeitigungen Mittlerweile so ein Bedeitigungen Auch schon sag ich mal Scheißegal Vielleicht tut ihr eh mal löschen Wahrscheinlich Tut ihr eh mal löschen Entfernen Von daher ist es nicht so schlimm für mich Du weißt immer wieder Sondern immer rät's auch auf euch Du weißt hinaus Und solche Internetambus Wenn du ihn treffen willst Dann sagen die Nee, ich komm nicht Von daher Ist nur so eine kleine Kacke Das ist was ich mein Was ich ihm gesagt Ja Wie gesagt Ich stehe dazu doch weg Aber Ist halt bescheid wiss ich meine Ja mein Franz Scheiß auf die Medien Ihr seid fake Wie die Nikes aus Algerien Und alle die mich immer runter machen Bleiben Taten guter Fleck von mir Und ich kenne Aber einer halt Den ihr kennt Hab euch noch eine Message Du bist voll der Lutscher Ja Du bist ein Lutscher Und das Traurige ist ja Will den Kuchen für sich selbst Keiner teilt obwohl es Hunderten gefällt Und wie LJ sagt Keiner teilt obwohl es Hunderten gefällt Also wenn dir, 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 dir oder euch Wenn meine Videos gefallen Dann teilt die Videos Das ist eine Sache von einer Minute Teilt sie einfach Okay Heute teilen Jetzt teilen Und Leute Ganz, ganz wichtig Schreib mal bitte in die Kommentare Was für die Videos ihr haben wollt Also Habt ihr Vorschläge für mich Habt was für die Videos Wollt ihr wissen Wollt ihr von mir haben Dass ich weiß was ich so gehen kann für euch Wenn ich einfach irgendwelche Videos lehre Wenn ihr euch gut an Oder kommt nicht gut an Das ist ja eine Kacke für mich Schreibt mal in die Kommentare bitte jetzt Was für die Videos ihr haben wollt Also ihr Bescheid wisst Und habt ihr schon mal gerne abonniert? Na klar Meine Freunde Jetzt habt ihr hier in Oschenland Mainz National Accounts Könnt ihr, wenn ihr wollt, kurz pause machen und mir da folgen Wenn ihr Lust habt Dann verpasst ihr nichts Hier habt ihr jetzt meinen Instagram Name Könnt ihr mir auch folgen Verpasst ihr auch nichts Wenn ihr beiden folgt Habt ihr Jackpot gemacht Dann wäre es für euch am besten